So, weiter geht's mit neuen Drohnen auf ZWF Live. Ist jetzt hier das erste Mal, naja, nicht direkt das erste Mal, das 150er Set, was ich jetzt aktuell anhabe. Ich habe es getestet, es bringt, ja, nicht die Welt. Es bringt ganz okay was, sagen wir mal so. Ich glaube ungefähr so 7, 8k Damage ungefähr mit Power-Ups. Was okay ist, weil ich meine, grundsätzlich von DPS her ist es natürlich dann schon recht nice. Ich mache, ich weiß nicht genau, 2,5 AOEs, ich glaube 3 sind es nicht ganz. Ich denke mal so 2,5 AOEs pro Sekunde, das heißt, ja, 2,5 mal 6 oder mal 7 oder mal 8 oder irgendwie sowas in der Art. Also von dem her, muss ich schon sagen, ist es recht nice eigentlich und bringt schon DPS-technisch schon einen Unterschied auf alle Fälle. Gut, ich meine klar, ich habe mir dann auch noch überlegt, soll ich das Ganze jetzt schon kaufen? Klar, das Set habe ich fertig bekommen, das heißt, also fertig gekauft, nicht fertig bekommen, so klingt das zweideutig. Ich habe natürlich schon überlegt, weil ich habe mir gedacht, okay, in x Wochen ist das Ding die Hälfte wert, so nach dem Motto. Und das war halt schon so der Gedanke, wo ich mir gedacht habe, okay, du zahlst jetzt, wie viel waren es, 388 Perrin. Ich habe übrigens selbst beschissen ein bisschen. Ist es immer diese Nacht, wenn man halt gerade irgendwie noch, was habe ich da damals gemacht? Ich glaube, Legendary Color habe ich noch gemacht, also Colosseum und dann haben wir mit dem geschrieben, dann haben wir noch recherchiert und rumgerechnet und so. Und ja, okay, gut, was soll es. Ich habe es dann noch gemerkt, aber ich habe mir gedacht, okay, scheiß drauf. Weil wir haben da schon ein bisschen hin und her getan und ja, ich meine, war jetzt nicht viel, waren ein paar Perrin von dem her. Whatever. Also, die Super hat es dann auch nicht mal heiß gemacht. Ja, ansonsten, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe ein paar Sachen, glaube ich, neu erweckt. Ich habe das Goku-Set jetzt, wie man sieht. 20 Olds-Sets ist natürlich richtig nice. Man sieht es auch an den HP oben und auch hier sieht man es nochmal am Damage oder am Rest vom Damage. Ich habe, glaube ich, noch irgendwie, was habe ich noch geändert? Irgendwas war da noch. Genau, ein Pet habe ich jetzt auf Angel Lake. Ja, also das Set und die Erweckungen, die ich gemacht habe und das Goku-Set bringt mir ungefähr so 14k, auch eh Damage mehr, 14, 15k. Ja, an sich ganz cool, würde ich mal sagen. Wie viel jetzt habe ich bezahlt, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Goku-Set habe ich eigentlich im Prinzip selbst zusammengefarmt. Ich brauche nur ein zweites davon, wegen Ringmaster. Ich meine, 20 Stats sind halt wirklich richtig geil. Das ist halt im Prinzip sogar noch mehr, als das Summer-Pad bringt, oder das Buff-Pad bringt. Das Nade-Pad bringt nur 15, nee, 20 Stats von einem Stat-Gedöns. Und von dem her ist es natürlich dann schon recht nice. Und man sieht es, wie gesagt, an den HP. Ich meine, 56k HP, beziehungsweise 57 mit hier Pure Salt. Das ist natürlich schon richtig gut. Und ja, da ist natürlich schon ein bisschen, man macht es auf jeden Fall ein bisschen angenehmer hier im Dungeon, weil man einfach viel schwieriger stirbt und natürlich auch im Kolosseum. Also ich habe es heute mal probiert. Ich komme im Kolosseum jetzt bis einschließlich Stufe 8. Das heißt, Stufe 9, Stufe 10 schaffe ich halt noch nicht. Und das andere schaffe ich halt eigentlich recht easy. Genau, ich schreibe gerade schon im Chat. Ich habe heute nochmal zweimal Legendary Kolosseum gemacht. Ich habe wieder nur Müll bekommen. Also ich meine, diese Box, die mir hier kriegt, ist eine 30 oder 35 Perien wert momentan. Ganz im Ernst, also wie gesagt, ich meine, ich habe halt diese Season generell ultra viel Pech irgendwie, keine Ahnung. Auch wenn es die Season nichts dafür kann, aber ist halt mehr so ein, ja, so ein Zufall halt einfach, dass ich generell halt irgendwie gerade ein bisschen am, ja, nicht gerade am Reinlacken bin, sagen wir mal so. Und ich muss nur trotzdem sagen, so 5, 6 Boxen waren es jetzt insgesamt. Letzte Season, also Season, Season 0, glaube ich. Oder wann waren das? Season 0 und Season 2 jetzt. Oder Season 1 und Season 2, ach, keine Ahnung. Wie gesagt, 5 oder 6 Boxen waren es jetzt mittlerweile. Ich meine, selbst wenn man jetzt für 30 Perien kaufen würde, damals war es mehr wert und heute ist es, glaube ich, auch 35 wert. Ich meine, du müsstest mal überlegen, es sind 180 Perien oder so, was jemand bezahlt hätte und es kommt einfach nichts raus quasi. Also es sind halt irgendwie Moonstone und so waren drin. Ich weiß nicht mal, wie viele das da drin waren. Ich glaube, irgendwie so ein Moonstone, ein Glockworks-Chip oder so. Ist halt irgendwie ziemlich zu mich bitter, das Ganze. Und, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. Und, ja, keine Ahnung. Wisst ihr, das Einzige, was ich mir immer so denke oder was ich mir immer so wünsche, ist halt, dass ich dachte mir immer so, du machst das Ding auf und kriegst echt endlich mal richtig was krasses, irgendwas, was richtig was bringt, was wert ist oder so. Vielleicht sogar mal ein Skeletons-Cloak oder so. Ich will mir gar nicht wissen, wie gering das die Chance ist. Also ich meine, wenn ich jetzt schon so ein wenig rauskriege und so ein wenig gutes Zockett vor allem rauskriege, dann würde ich halt irgendwie gar nicht wissen, wie viele von diesen Boxen das mal aufmachen muss, bis man mal so ein Skeletons-Cloak rausbekommt. Wahrscheinlich weiß ich nicht. Ich meine, ich kenne die Chancen, ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich sogar noch weniger als ein Prozent. Ich meine, realistisch gesehen, wenn man jetzt gerade mal so überlegt, was der Ingame wert ist und von den Boxen, wo man die Chancen kennt, was die Dinge so wert sind, also nicht vom Skeletons-Cloak, sondern von anderen Umhängen, dann, ja, man kann jetzt natürlich den Wert dieser Boxen jetzt nicht hundertprozentig bestimmen und so, ist ein bisschen schwierig halt dann, ja, müsste man ein bisschen rumrechnen, glaube ich. Ich habe gerade überlegt, weil diese Devils-Umhänge, die kommen auch aus diesen Donate-Boxen zum Beispiel raus, und ich habe gerade überlegt, wie viel das die kosten, aber ich habe jetzt gerade den Preis nicht im Kopf und auch nicht die CBT-Preise und so weiter. Ich meine, Skeletons-Devil-Cloak kostet momentan, ich glaube, siebenundfünfzig bis tausend Perien. Normaler Devils-Cloak kostet, boah, zweihundertfünfzig etwa, Summendreh irgendwie. Und, ja, ich denke halt mal so wahrscheinlich dann, wenn jetzt, wenn die Boxen das drei Mal so teuer wären, diese Clockworks-Boxen, dann wäre die Chance wahrscheinlich ziemlich ähnlich, irgendwie so bei zwei Prozent oder wo die sind, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber ich vermute halt fast, dass die wahrscheinlich so bei einem Prozent oder so sind. Vor allem, ich meine, die Boxen, die Skeletons-Cloaks bekommt man ja aus mehreren Sachen raus, und kann ja auch sein, dass hier einfach die Chance ultra-low ist, und dass die meisten anderen halt einfach die, den Umhang eben aus anderen Boxen haben, zum Beispiel aus diesen Skeletons, aus dieser Skeletons-Box, so wie das Ding heißt da. und kann natürlich auch sein. Deswegen ist es ein bisschen viel Spekulation. Übrigens, Ringmaster hier, wo man mal tanzt sieht, ähm, habe jetzt alle Ringe auf plus neun, also alle Ringe, nicht E-Ringe, äh, auf plus neunzehn. Die, äh, der Stick hat jetzt die Clockworks, ach, Schwachsinn, die Red Meteoriker-Karte drin. Das heißt, ähm, alle 90 Sekunden darf ich einmal sterben, in Anführungsstrichen, und wird dafür, statt dass ich mich auf den Boden lege, werde ich dafür voll geheilt. Richtig nice, und, ähm, ist halt bei diesen Triple Hits hier natürlich ultra geil, weil, ja, er choked sich mal so rum, so ich gehe auf und so, weil gestern haben wir das wirklich so gehabt. Ähm, wir haben jetzt sechs Runs gehabt, mit null Drops, und gestern hat er uns einfach irgendwie drei, also mein Ringmaster dreimal gewonnen hat das, und er ist dann wirklich oft, also er hat wirklich gerate gewidtet. Deswegen gehe ich erstmal so nein. Und, naja. Übrigens Ringmaster, Stick hat jetzt auch noch acht Zockel drin, vor allem hat es sechs Zockel drin, äh, Suitor herwerkt mit 38 STA, oder 39 STA und neun Prozent Speed. Ja, also, gehe einiges besser, und mit diesen komischen AP warf er jetzt sogar 422 KAP statt 416 KAP, also von dem her ist schon wirklich ganz gut momentan. Und wir langsend wird mal einfacher, und so ist es halt mal recht angenehm. Und ja, Runsax ohne Drops, man kennt's. Ähm, ja, in dem Sinn, auch mal danke fürs Zuschauen, der restliche Tage übrigens auch ganz gut, haben wir ungefähr 200 P getroppt mit, äh, sechs Dungeons, und, ja, dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.